Aber es war doch eine glückliche Zeit, oder nicht? fragte Phil harmlos. Sie ist gelebt worden. Das kann man nicht ändern. Das kann man nicht einfach in Unglück verwandeln. Ja, aber diese Frau hat meinen Mann gestohlen. Sie hat alles gestohlen, was er mir versprochen hatte. Verzeihen Sie mir, sagte Phil sanft. Aber das passiert doch jeden Tag. Aber das passiert doch jeden Tag.